Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Grimm Legends. Ja und wer aufgepasst hat, der weiß jetzt, ich habe den Artikel nicht benutzt. Nur so viel am Rande. Ist auch egal. So, wir haben ein Wimmelbild vor uns und das haben wir beim letzten Mal nicht mehr angeschaut. Wir haben uns dafür im Raum umgeschaut. Wir haben die Schwester entdeckt, da liegt sie und pennt wahrscheinlich durch einen Zauber. Und wir können sie nicht aufwecken. Irgendwie müssen wir uns da noch drum kümmern, aber jetzt erstmal hier das Wimmelbild. Oh, ich will mal gerne wieder so ein richtig klassisches Wimmelbild, wo man dann so Begriffe hat, die man durchstreichen muss. Obwohl das auch ganz nett ist, so wie es aussieht. Okay, stell dir einen nützlichen Gegenstand her. Und dazu müssen wir diese Teile hier finden. Ähm, wo haben wir denn da? Hier, das da könnte doch was sein. Aha, das da, ja, okay, gut. Ähm, was noch? Ich, ich erkenne da jetzt nichts wieder. Das da, doch hier, das da erkenne ich wieder. Dann dieses geriffelte Dings da. Oh, das hier, das könnte das da sein. Ah, genau, das ist es auch. Ja, schön. Äh, ja, und dann was noch? Ah, da, da ist es hier, guck mal. Unter der Kerze versteckt. So, was brauchen wir noch? Hm, diesen Bären da. Moment mal, das, das sieht doch auch noch was aus. Ah, das ist das, okay. Ach, das da hier, das ist dies hier da. Ah, gut, ja, Pfeil zeigt uns jetzt nicht viel. Was haben wir denn noch? Das hier? Nö. Ah, das da, das da. Das ist dies da unten, genau. Und dann... Ah, da hinten hat sich was versteckt. Genau. Und dann noch... Da, diese Bär hier, da, das da, wo, wo ist denn das? Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Bär ist, dass... Irgendwie sieht es so ein bisschen so aus. Ah, da hinten ist er. Da, unter den Münzen hat er sich versteckt. So, das erste haben wir schon. Dann fehlt uns da noch ein Teil. So ein Messingring oder Gold. Ah, guck mal, da liegt er ja. Ja, Messing oder Gold oder sowas. Mhm. Ich habe aber noch keine Ahnung, was das sein könnte. Was wir da so bauen. Naja, wir werden es ja bald sehen. Was brauchen wir jetzt noch? Diesen Bügel da. Und dann noch so ein dreiteiliges Ding. Und... Achso, nur zwei Sachen noch. Okay. Wir brauchen nur noch zwei Sachen. Ja, wo mag das denn sein? Kann man da eh was... ...aufmachen? Ähm... Nee, aber wir haben dennoch was gefunden. Ah, und der Bügel ist da. Ich sehe ihn. Hier da. Da ist diese Kugel da dran. Und da der Bügel. Und da noch der Haken. Ah, das ist ein Korken. Ah, das ist ein Korkenzieher. Ah. Sehr gut. Finde alle Objekte in einem Wimmelwind mit kaum... ...mit kaum einer falschen Auswahl. Okay. Na gut. Ja, dann gehen wir doch mal eben schnell wieder zurück. Uah. Da kommt ja der Bär an. Der Bär ist wieder zu Hause. Ne, nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zurück. Ähm, hier. Äh, noch eins weiter zurück. So, hier. Jetzt haben wir den Korkenzieher und können das da aufmachen. Gleich mit Kurbeln. So, da können wir jetzt da was einfüllen. Das riecht aber stark. Ja, aber jetzt hier den Korken drauf. Ne, kein Korken drauf. Na gut, dann eben nicht. Oh, hier, guck mal da. Waldgeist. Ich wollte gerade noch sagen, vielleicht finden wir hier noch einen Waldgeist. Da habe ich ihn schon erblickt. Natur... Ah, Naturgeist heißt das. Ja, egal. Naturgeist oder Waldgeist oder sowas. So, sechs haben wir schon insgesamt. Äh. Von dem Bild haben wir aber noch gar keinen. Da noch. Da, ja, okay. Sechs von, äh, wie viele? Von 30. Okay. Gut, also dann gehen wir da mal wieder hinein. Das Zeug... Ah, riechsalz. Damit können wir die Schwester aufhecken. Ja. Uah. Der hat ja verschiedenfarbige Augen. Was? Jetzt, jetzt wird er auch noch angeschossen. Oh, das war jetzt nicht gut. Oh, das war jetzt nicht gut. Aber, der, der, der hat das ja absichtlich gemacht. Der Bär hat versucht, mich zu schützen. Ähm, ja, das sollten wir mal machen. Aber womit? Wir haben ja nichts beim Inventar. Aber vielleicht das hier. Ja, okay, da haben wir schon mal ein Gefäß. Das ist gut. Und das Wasser ist ruhig und schmutzig. Also, ähm, raus hier. Da, noch ein bisschen weiter raus. Und dann irgendwo hier. So. Ja, wir haben Wasser. Eine volle Vase. Und damit wieder hinein. Und auf das Feuer kippen. Okay. Ja, gerade noch rechtzeitig. Ja. Äh. Oh, da liegt ja der Bär. Jetzt sehe ich das hier erst. Oh. Der Bär ist noch am Leben. Okay. Ach, vielleicht. Moment. Das Kriegssaal ist jetzt ja auch weg. Äh. Okay. Die Glasscherben sind ganz schön scharf. Ich sollte sie nicht mit bloßen Händen anfassen. Okay. Dann müssen wir uns da was anderes ausdenken. Handschuhe anziehen. Oh, genau. Wir haben ja auch Handschuhe gesehen. Richtig. Die aber kaputt waren. So, jetzt haben wir hier noch eine Flügelmutter. Äh. Nö, haben wir doch nicht. Aber wir haben eine Kette. Und mit der könnten wir eventuell ähm, dieses, diesen, diesen Hebel da reparieren. Da. Hm. Nö. Dann wohl doch nicht. Und das hier? Da sind die Handschuhe. Kann ich mit der Kette hier irgendwas anfangen? Ne. Anscheinend nicht. Ähm. Ja. Hm. Nochmal zurück. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas zu machen. Hier bei dem Ritter? Verrostet. Da komme ich nicht ran. Bringt uns die Kette hier irgendwas? Nein. Also wir müssen da wahrscheinlich Öl drauf kippen oder sowas. Moment hier. Wie gelange ich auf den Balkon? Ja, das weiß ich nicht. Ne. Weiß ich nicht. Ähm. Oblivis. Oblivis. Ja, ich habe immer noch nicht nachgeschaut, was das heißt. Denn ich bin ja immer noch in derselben Aufnahme. Oh, guck mal. Da ist ja ein Waldgeist. Hier, da. Schön. Und jetzt? Ah, jetzt komme ich nicht mehr dran. Okay. Finstreskamm. Oblivis. Oblivis. Ne. Oblivis. Doch, dass das finster oder dunkel heißt oder so. Also auch im Sinne von, ähm, von, äh, dass man etwas nicht genau weiß. Oblivis obvious. Im Englischen obvious, aber das heißt offensichtlich. Ja, also sehr viel aus dem englischen Wortschatz kommt ja aus dem lateinischen. Über die romanischen Sprachen. Ähm, äh, vom Wortschatz. Ja, die Grammatik ist natürlich germanisch. Ähm. Ähm. Ja, egal. Ich muss da jetzt nicht rumrätseln. Ich kann ja einfach nachschauen. So. Oh, Moment mal, da ist ja die Bibliothek offen. Ja, dann gehen wir doch immer da hinein. Guck mal, da ist die Bibliothek. Naja, so viele Bücher sind da nicht. Hm, immerhin ein paar. Gut, was haben wir hier? Ähm. Einen Schmetterling. Und ein Garn. Nadel und Faden sollte man immer bereit haben, aber ich sehe keine Nadel. Okay, ich auch nicht. Zumindest nicht da. Oh, guck mal da. Da kann man den Schmetterling hinsetzen. Hier, ins Grüne. Vier, um ganz genau zu sein. Achso, wir haben vier Käfer und vier Libellen und da brauchen wir noch vier Schmetterlinge. Okay. Das heißt, wir brauchen noch einen weißen, einen roten und einen blauen. Da kann man dann irgendwie vertauschen. Okay, gut. Hm, hier haben wir da. Ah, guck mal, da liegt noch ein Schmetterling. Und da? Ein Bärenkopf und ein Altgeist. Haha, sehr schön. Zu schwer. Ich kann die Tischplatte nicht hochheben. Ich muss einen Weg finden, den Tisch anzuheben. Ja, hier, mit dem Dings hier. Aber wozu die Tischplatte? Achso, die hängt an einem Haken da und am anderen da. Aber vielleicht geht es ja hier mit. So, aha, jetzt haben wir da zwei Riegel. Äh, zwei, zwei Dinger hier. Okay, die Kette ist immer noch zu kurz. Die Kette ist immer noch zu kurz. Das heißt, wir brauchen noch eine längere Kette. Oder wir müssen den Tisch eben anheben. Und dann kann die Kette immer noch also so bleiben, wie sie ist. Aber sie ist dann praktisch nicht mehr zu kurz. Was haben wir hier? Etwas, was wir aufmachen können. Da ist ein Paket. Die Kordel ist fest verknotet. Es wäre leicht, das hier durchzuschneiden, anstatt zu versuchen, die Knoten zu lösen. Ja. Wenn man was hat zum Durchschneiden. Was haben wir hier? Oh, da, ein Schmetterling. Die Blume ist nicht vollständig. Und wenn wir sie vervollständigen, dann geht das Ding hier irgendwie auf und wir kommen an den Schmetterling ran. Aber hier haben wir erst nochmal was zu lesen. Meine liebe Baronin, die fehlgeleitete Zuneigung ihres Sohnes für dieses armselige Bauernmädchen ist eine wahre Schande für unsere Familie. Ich stimme euch zu, dass wir in dieser Angelegenheit etwas unternehmen müssen. Was ihr den Ring seiner Großmutter zu geben, war eine unglaubliche Dreistigkeit. Ah, okay. Wir müssen dieser Beziehung ein Ende bereiten. Hochachtungsvoll, wir wissen nicht, wer das war. Okay. Also wir brauchen Blütenblätter irgendwie, dass wir das fertig machen können. Können da diese Blume? Das Kätzchen ist irgendwie unruhig. Kannst du da uns irgendwie helfen? Ich wüsste jetzt nicht wo. Da oben oder da? Ne, das ist ja das Wimmel. Äh, Wimmelblätter ist ja gar nicht ein. Das Rätsel. Da. Ah, guck mal, das war so ein... Guck mal, das sind 28. Hier haben wir schon 8 von 30 und hier haben wir erst 2 von 28. Ich glaube, ich habe da einige Druckbilder übersehen. Ja, das... Da waren wir ja schon. Ah, guck mal, da ist noch was. Hier. Da und der. Die Elster hat da noch was. Ich komme nicht dran. Okay, da müssen wir das Kätzchen hochschicken. Immer wieder lustig, wie es da rauskommt. Juwelien besetzter Stab. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo der hingehört. Aber hier ist ja noch was. Die Kurbel hängt dort oben in den Ästen. Ach so, das ist eine Kurbel da. Ah, okay. Ja, vielleicht das Kätzchen nochmal. Hm, nö. Ähm, Juwelen besetzter Stab. Okay. Also ich habe jetzt eine Idee, was wir mit dem Juwelen besetzten Stab machen können. Dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Noch weiter. Ich kann ja die Karte nehmen hier. Ach so, ne. Da bin ich ja schon, wo ich hin wollte. Hier. Ne, doch gar nicht wahr. Noch eins zurück. Und noch eins zurück. Hier, da, bei dem Boot. Da rein. Nein, das funktioniert so nicht. Okay. Ja, das hat er eben nicht. Ähm. Da und... Bei dem Buch. Ach so, das ist die Bibliothek. Okay. Erstmal hier. Ähm. Ach, da noch ein Wimmelbild. Okay. Ja, dann gehen wir doch gleich wieder. Noch ein Wimmelbild. Siehst du, ich habe mir nämlich schon gedacht, dass da, hier und da und das da und da... Das sind so Sachen, die man... Warum kann man die nicht auswählen? So, aber jetzt kriegen wir noch was. Ach, und das ist ein Schmetterling, so wie es aussieht. Also hier haben wir so ein Teil. Da haben wir so was. Da haben wir noch was. Und das da. Und das da. Nö. Da bleibt nur was drauf. Ähm. Da noch was. Das da auch. Ne. Da. So. Da auch noch. Wir haben noch nicht alles. Hier, glaube ich, ist noch was. Ja. Und... Das da. Ja. Und noch was Rotes. Das ist hier. Okay, ein Flügel ist fertig. Dann fehlt noch ein Flügel und hier der Rest von dem Schmetterling. Ähm. Wo haben wir denn den Rest? Da ist was. Ha. Das war aber auch gut versteckt. Und hier ist noch was, genau. Und dann haben wir das alles fertig. So. Das ist ein Schmetterling. Scharfes Auge. Schließe drei Wimmelspiele in Folge ab, ohne Tipps zu verwenden. Ja, die habe ich doch... In den Wimmelwelspielen habe ich die doch noch nie verwendet. Soweit ich weiß. So, jetzt haben wir drei Schmetterlinge. Ja, wir brauchen vier. Wir wissen aber immerhin, wo der vierte ist. Also nochmal eben zurück. Und in die Bücherei. So, und da gibt es noch was zu machen. Aber was denn? Hier noch was? Ne, da brauchen wir eine Nadel noch. Wo können wir das Ding hier jetzt benutzen? Hm, keine Ahnung. Doch, hier nochmal irgendwie? Achso, doch, ja. Das gehört da rein. Ah, okay. So, und jetzt können wir den Schmetterling da haben. Und damit können wir das hier machen. Jetzt haben wir nämlich alle vier. So, plöp, da rein. Vertausche die Insekten, um das Muster oben nachzubilden. Du kannst nur benachbarte Insekten auch diagonal vertauschen. Bei denen mindestens ein Aspekt identisch ist. Ja, das heißt Farbe oder Form. Es gibt ja nur zwei. Okay, ähm... Ah ja, okay. Das ist auch nochmal hier so weiß und blau und grün und rot hinterlegt. Und ganz oben gehören die Schmetterlinge. Dann vertauschen wir doch mal die zwei hier. Äh, jo. Schmetterlinge gehören nach... Moment, Schmetterlinge gehören nach oben. Da muss ja der Grüne nach oben. Ja, irgendwie... Achso, diagonal geht ja auch. Ah, Moment. Diagonal geht ja auch. Dann mach ich das mal so. Der Weiße gehört da hin. Okay. So und so. Und der Käfer ganz unten. Dann das da. Und das da. Aber jetzt komm ich... Mit dem Schmetterling. Den krieg ich jetzt hier nicht raus. Die beiden kann ich schon mal vertauschen. Ähm... Joa. Das da geht aber. Das da muss ich ja auch. Äh, nee, nee. Das... Achso, ja, stimmt. Das geht ja gar nicht. Äh, dann eben so. Die Libelle ist da schon mal richtig. Ha. Heh. Ja. Ähm. Gar nicht so einfach. Und was ist das hier? Alles nochmal zurück? Äh, ich will ja mal lieber nicht drauf drücken. Könnte aber nötig sein. Oder ist das nur ein Schritt zurück? Ja, ich weiß nicht. Ich probiere es erstmal noch nicht aus. So. Aber hier, guck mal. Das kann ich ja machen. Und, äh, das da. Achso, dann muss ich die zwei auch noch. So, dann sind die zwei Reihen fertig. Okay, ja, wunderbar. Ähm, dann kann der Rest ja nicht mehr so schwierig sein. Ich muss jetzt den Schmetterling da oben hinkriegen. Ja, gut. Ich muss die beiden mal vertauschen. Ähm. So, damit ich, äh, da was hinkriege. So und so. Und, ähm, nennennennennenn. Die beiden vertauschen. Und jetzt kann ich die beiden vertauschen. So, ja siehste, geht doch. Und jetzt muss ich die nochmal alle durchtauschen. Äh, so. Und so. Und die zwei nochmal. So, da haben wir's. Jetzt haben wir einen Kescher. Okay. Schmetterlingsnetz. Ach, vielleicht können wir das damit machen. Hier. Oha. Siehste, geht doch. Wagenheberkurbel. Und die können wir hier einsetzen. So, kurbeln. Damit geht das oben. Dann kann man das hier. Ja auch. Was, nun kann ich mir den Wagenheber nehmen. Achso, wir brauchen den Wagenheber. Okay. Ja, und mit dem Wagenheber können wir zurückgehen. Hier und das. Oder da war doch irgendwie. Da ist das oben. So. Und jetzt. Er hat versucht mich zu schützen. Ja. Und das, äh, die können wir noch nicht einsammeln. Ähm. Ja. Da ist gerade eine Sackgasse. Irgendwie glaube ich. Aber hier. Da liegen doch noch. Moment. Dort. Da liegen noch die Handschuhe. Und da ist ja auch noch was zu machen. Da ist ein Schloss angebracht. Ja, das hier. Hm. Ich weiß nicht, wie wir da weiterkommen. Irgendwie, was sagt denn die Karte? In der Bibliothek gibt es was zu tun. Na, dann gehen wir da nochmal hin. Ähm. Da. Das war ja mit. Moment, aber. Ne. Da hängt noch so ein Tuch dran. Das habe ich ja gesehen. Und aber. Damit kann man offensichtlich nichts mehr machen. Aber hier. Hier ist noch. Ach, das Paket aufmachen. Ja, mit dem Messer hier. Das lag schon die ganze Zeit da, glaube ich. Ich habe es nicht gesehen. Oder schon gesehen, aber nicht registriert. Und hier haben wir eine Nadel. Oh, sogar mehr Nadeln. Eine Nadel. Und das Karn war hier. So. Nadel und Karn. Und jetzt beides mitnehmen. Ach, und damit können wir die Handschuhe reparieren. Ja, richtig. Okay. Ähm. Da rein. Und hier. So. Handschuhe reparieren. Und mit den. Ne, ich will die Handschuhe haben. So. Mit den Handschuhen können wir jetzt die Glasscherben aufheben. So, Glasscherben aufheben. Alle einsammeln. Und wo sind die jetzt? Und jetzt können wir die Bretter wegmachen. Ah, okay, ja. Gut. Die waren also einfach nur im Weg. Ich dachte, wir müssten da irgendwas zusammensetzen oder so. Ja, okay, gut. Dann müssen wir da eben nichts zusammensetzen. Also die Bretter weg. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Weil sich dann vielleicht etwas ergibt. Und das könnte ein bisschen länger dauern. Und das will ich jetzt nicht mehr in dieser Folge haben. Okay. Und wir müssen auch nochmal, ähm, hier nach, nach diesen, wie heißen die Dinger nochmal? Ähm. Trugbilder. Genau. Wir müssen auch nach diesen Trugbildern suchen. Ich glaube, da haben wir einige verpasst bislang. Okay. Also gut. Schluss für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.